Die Dachdruckpunkte sind 121,37 aus dem Marathon und insgesamt nach Ressort Marathon 187,08 Punkte. Ullegrufe von Denmark finished. Toad points of the Marathon are 121,37 und after Marathon and Trissage 187,40. Rosanna Walter-Simmons aus Großbritannien, Augenhinderlisten Nummer 2, neue Bestzeit 50,70 Sekunden. New time to meet an Obstacle number 2 for Rosanna Walter-Simmons from Great Britain, 50,70 Sekunden. Ja, und hier am Hintern ist Nummer 1, meine Damen und Herren, geht es auch weiter. Am Hintern ist vom Hof Rützenhagen, da ist die erste Fahrerin aus der Schweiz, jetzt unterwegs mit Gespannummer 36, ist die Diebfahrerin für das Schweizer Team, die Schweizer ja nach der Dressur auf einem vierten Platz in der kombinierten Wertung, in der Naktionenpreiswertung und wieder Pucikoffer, erstes Pucikoffer. Go, Herrera, go, go!